Günther drückt aufs Tempo, Günther will den Ball zurück, Klasse gespielt von Ulm, Per Günther für 3. Und damit, Gratulation, sind es jetzt 4.411 BBL-Punkte, Platz 10. Jetzt ist er in der Top 10, da wohin gehört, mindestens unter die besten 10 Spieler aller Zeiten. Eine deutsche Basketball-Legende. Schisskopf, muss abdrücken, die Uhr läuft ab und da ist Othello Hunter, Mr. Putback, auch in dem Fall wieder. Der Othello Hunter bringt sich wieder ins Spiel da. Da ist Attacke, er hat Sekar Annam. Das war fast Top 10 Material Offensiv, dann wurde es aber Top 10 Material Defensiv und auf der anderen Seite zeigt Louis O'Lindy, wie das geht mit dem Schopfen. Da kommt Sekar Annam und da kommt vor allem der Block von Ben Lammers. Und dann geht's schnell, Louis O'Lindy. Kennels kommt gut hinter den Ball zunächst, aber das ist ein Superpass von Rebic für Kofi. Parodi, hinterm Rücken auf Buford. Hoppla, hey, Nanu Parodi. Mann aus Uruguay, dem schönsten Assistent des Spiels bisher. Immer so das Gefühl, wenn sie denn jetzt mal etwas besser verteidigen würden, aber das tun sie nicht. Was für ein Kracher von Hawkins. Dritte Etage. Zendarius Thornwell gegen ihn. Baldwin, Baldwin ist super schwierig, aber das Ding ist drin. Er gewinnt das Spiel für die BG Göttingen. Was hat der Mann für Eier bitte? Hier, vorbei an Thornwell, dann kommt Yallo noch zur Unterstützung. Er geht da durch und der ist definitiv in der Zeit. Das war jetzt mein Aufwärts. So wollen sie es nicht, aber auf der anderen Seite. Speksakulär. Und Klaassen nutzt das Alley-Hoop-Anspiel. Boah, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Unterhand. Eigas. Schalle. Mit diesem Ding hier. Mit diesem Ding. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.